Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Das Samsung Galaxy Note 3 und das Apple iPhone 5S, zwei Geräte, die grösstechnisch kaum unterschiedlicher sein könnten. Und trotzdem haben sie eines gemeinsam, sie gehören momentan zweifelsohne zu den besten Geräten auf dem Markt. Inwiefern sich die beiden unterscheiden und welches für wen die bessere Wahl ist, klären wir in diesem ausführlichen Vergleich. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Wie schon erwähnt, spielen die beiden Geräte grösstechnisch in einer komplett anderen Liga. Während das Galaxy Note 3 mit 151,2 x 79,2 mm schon der Phablet-Klasse zugeordnet werden kann, ist das iPhone 5S mit 123,8 x 58,6 mm deutlich handlicher. Außerdem ist es mit 7,6 mm etwas dünner als das Note 3 mit seinen 8,3 mm und mit 112 Gramm auch deutlich leichter als das Note 3 mit 168 Gramm. Das Galaxy Note 3 kann natürlich nicht mehr mit einer Hand bedient werden. Es liegt aber für ein Gerät dieser Größe hervorragend in der Hand, dem ergonomischen Design sei Dank. Außerdem hat Samsung beim Note 3 wirklich versucht, die Display-Ränder zu minimieren. Das hätte ich mir beim iPhone 5S auch gewünscht, denn dort sind diese noch ziemlich verschwenderisch gestaltet. Dem iPhone 5S hingegen bereitet die Einhandbedienung selbstverständlich keine Probleme. Samsung verbaut beim Note 3 ein 5,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display, das mit Full-HD, also 1920 x 1080 Pixeln bei einer Pixeldichte von 368 Pixel per Inch auflöst. Wir haben hier eine Pentile-Matrix. Das bedeutet konkret, dass ihr pro Pixel nur zwei so Pixel habt, in einer Diamond-Anordnung. Das kennt man so schon vom Samsung Galaxy S4. Beim iPhone 5S hingegen haben wir ein vier Zoll großes IPS-Display, das standesgemäß mit 1136 x 640 Pixeln bei einer Pixeldichte von 326 Pixel per Inch auflöst. Hier haben wir allerdings eine RGB-Matrix, das bedeutet pro Pixel, drei zu Pixel. Inwiefern und ob sich das im Alltag überhaupt auswirkt, das klären wir im späteren Verlauf dieses Videos noch. Ansonsten finden wir beim Galaxy Note 3 auf der Vorderseite noch die 2 Megapixel Frontkamera und ganz wichtig, eine Benachrichtigungs-LED für verpasste Mails, Anrufe und so weiter. Diese fehlt dem iPhone 5S leider. Ansonsten haben wir bei den Tasten das typische Samsung-Layout in der Mitte, der physische Home-Button, links und rechts zwei Touch-sensitive Tasten, einmal für Menü und einmal für Zurück. Beim iPhone 5S hingegen finden wir die 1,2 Megapixel Frontkamera sowie den typischen Home-Button. Dieser hat allerdings beim 5S einen Fingerabdruckscanner, Touch-ID nennt sich das Ganze. Wie das alles funktioniert, das klären wir auch später noch. Beim Rahmen haben wir eigentlich dasselbe Spiel wie schon beim Samsung Galaxy S4, denn der des Note 3 besteht auch wieder aus Polycarbonat, sieht aber so aus als bestimmte Außenmetall, während der des iPhone 5S natürlich aus Aluminium besteht. Wir finden auf der linken Seite bei beiden Geräten die lauter, leiser Wippe bzw. beim iPhone 5S sind es lauter und leiser Buttons, sowie hier noch den Mute-Button. Die Tasten haben bei beiden Geräten wirklich einen sehr, sehr guten Druckpunkt. Sie sind super verarbeitet, auch beim Note 3. Das war ja bei Samsung nicht immer so, aber da hat man sich seit dem S4 wirklich gebessert. Auf der Unterseite finden wir ansonsten beim Galaxy Note 3 den Micro-USB 3.0-Anschluss, der natürlich auch abwärts kompatibel zu älteren Kabeln ist. Außerdem ein weiteres Mikrofon, den Lautsprecher, sowie den Einschub für den S-Pen. Der S-Pen ist natürlich charakteristisch für die Note-Serie, kann nun in alle beliebigen Richtungen wieder in diese Halterung hineingesteckt werden. Wenn euch die genauen Features des S-Pens interessieren, dann mag ich euch an dieser Stelle mein ausführliches Review zum Note 3 ans Herz legen. Das könnt ihr euch ja mal anschauen, da bin ich detailliert darauf eingegangen. In diesem Vergleich werde ich das nicht nochmal machen, denn ich habe einfach beim iPhone 5S nichts Gleichwertiges, womit ich das vergleichen könnte. Beim iPhone 5S finden wir auf der Unterseite den Lightning-Anschluss, außerdem den Lautsprecher, sowie den 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der rechten Seite beim Galaxy Note 3 dann der Power-Button, beim iPhone 5S der Nano-SIM-Karten-Slot. Und auf der Oberseite finden wir beim Note 3 den 3,5 mm Klinkenanschluss, den Infrarot-Port, sowie ein weiteres Mikrofon beim iPhone 5S, lediglich den Power-Button. Die Rückseite des Samsung Galaxy Note 3 besteht nun aus Kunstleder, beziehungsweise Polycarbonat, die des iPhone 5S aus einer Mischung aus Aluminium und zwei Schichten Corning Gorilla Glass oben und unten zur Empfangsverbesserung. Ansonsten finden wir bei beiden Geräten auf der Rückseite die jeweilige Hauptkamera. Beim Galaxy Note 3 haben wir hier eine 13-Megapixel-Kamera, die unter anderem Videos in 4K-Auflösung aufnehmen kann. Beim iPhone 5S hingegen eine 8-Megapixel-Kamera, dafür mit 1,5-fach größeren Pixeln. Außerdem haben wir hier eine Dual-LED, die einmal kälteres und wärmeres Licht zusammenführt, um einen besseren Weißabgleich zu ermöglichen. Der Akku ist beim iPhone 5S fest verbaut, er hat eine Kapazität von 1560 mAh. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen 16, 32 oder 64 GB internem Speicher, der nicht erweiterbar ist. Beim Samsung Galaxy Note 3 hingegen kann man die Akkuabdeckung natürlich wieder abnehmen. Zum Vorschein kommt da dann der 3200 mAh starke Akku. Außerdem sehen wir auch den Slot für die Micro-SIM-Karte und für eine Micro-SD-Speicherkarte. Der 32 GB große interne Speicher kann nämlich erweitert werden. Sowohl das Samsung Galaxy Note 3 als auch das iPhone 5S sind hervorragend verarbeitet. Die Tasten sitzen bei beiden sehr fest und haben einen guten Druckpunkt. Das iPhone 5S ist natürlich deutlich handlicher, wenn man auch sagen muss, dass das Note 3 für die enorme Größe sehr gut in der Hand liegt. Wertigkeitstechnisch kann auch das Note 3 mit der neuen Kunstlederrückseite nicht ganz mit dem iPhone 5S mithalten. Es ist aber eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Während die beiden Geräte nun hochfahren, wollen wir natürlich die restlichen Daten durchgehen. Wir haben beim Galaxy Note 3 als Plattform Android 4.3 Jelly Bean mit der aktuellsten Touch with Nature UX und beim iPhone 5S natürlich iOS 7. Ansonsten haben wir beim Note 3 als SoC den Qualcomm Snapdragon 800, ein Quad-Core-Prozessor mit 2,3 GHz je Kern. Beim iPhone 5S hingegen haben wir den Apple A7 Dual-Core auf 64-Bit-Architektur und den M7 Motion-Prozessor für weniger aufwendige Dinge. Außerdem beim Note 3 3 GB Arbeitsspeicher, beim iPhone 5S nur 1 GB. Wir haben beim Note 3 auch LTE Advanced, beim iPhone 5S hingegen nur ganz normales LTE, sprich die Übertragungsraten beim Galaxy Note 3 sind höher. Zumindest theoretisch. Wir wollen nun bei beiden Devices wieder direkt auf dem Lockscreen beginnen. Diesmal beim Galaxy Note 3. Und was man da sagen muss, das sieht eigentlich fast genauso aus wie beim Samsung Galaxy S4. Wir haben hier immer noch diese personalisierbare Nachricht, die man natürlich deaktivieren kann. Uhrzeit, Wochentag und Datum und haben hier natürlich die Möglichkeit uns Widgets direkt auf den Lockscreen zu legen. Ihr seht es, wenn ich zur Seite wische, erscheint hier dieses Akku-Weather-Widget und ganz rechts habe ich diese Liste mit meinen Lieblings-Apps, die ich auch frei personalisieren kann. Wenn ich dann zum Beispiel in die Kamera-App entsperren möchte, geht das einfach so und ich kann quasi direkt vorm Lockscreen aus in die Kamera-App entsperren. Möchte ich das Gerät entsperren, führe ich einfach eine solche Wischgiste aus und lande direkt auf meinem Home-Screen. Beim iPhone 5S sieht das etwas anders aus. Wir haben hier keine direkten Verknüpfungen mit Apps, so zum Beispiel dem Browser. Aber dafür haben wir hier natürlich unser Control, unser Control Center, entschuldigt bitte, wo wir WLAN, Bluetooth und so weiter deaktivieren und aktivieren können. Das geht natürlich auch beim Note 3 vom Lockscreen aus, indem wir die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen und Helligkeit einstellen und so weiter. Ihr kennt das Spiel und wir haben hier unten auch noch vier Shortcuts, zum Beispiel für die Taschenlampe, für den Timer oder für die Kamera, aber eben nichts zum Beispiel für den Browser. Auch hier Uhrzeit, Wochentag, Datum und das Besondere ist natürlich der Fingerabdrucksensor Touch ID, den ich verwenden kann, um mein iPhone 5S direkt zu entsperren. Wie funktioniert das Ganze? Mein Fingerabdruck ist gespeichert. Ich drücke hier einfach etwas länger drauf und habe das Gerät direkt entsperrt. Touch ID kann außerdem verwendet werden, um Einkäufe zum Beispiel im App Store oder im iTunes Store abzuwickeln. Weiter geht es nun im Browser. Wir haben bei beiden Geräten dieselbe Seite aufgerufen, nämlich spiegel.de, eine recht aufwendige Seite. Ihr seht auch exakt dieselbe Werbung geladen. Und ich kann euch sagen, geschwindigkeitstechnisch im WLAN-Netz, im LTE-Netz zum Beispiel, nehmen sich die beiden nicht besonders viel. Ähnliches gilt auch hier für die Surf-Performance. Es ist bei beiden schön flüssig. Das Note 3 ist auch flüssiger als das Galaxy S4. Da hatten wir ja auch vor kurzer Zeit den Vergleich, wenn wir das hier machen. Es wirkt so, als wäre das beim iPhone 5S einen kleinen Tick flüssiger. Aber ja, das kann auch Einbildung sein, das kann Geschmackssache sein, was einem da eben besser gefällt. Also ich denke, man sieht ganz gut, dass die beiden wirklich beim Thema Surf-Performance keinerlei Probleme haben. Ähnliches gilt auch für die Bildschärfe. Wenn wir hier etwas reinscrollen und uns das anschauen, dann sehen wir wirklich, dass bei beiden die Schrift echt gestochen scharf ist. Was man da aber auch sagen muss, der Weiswert ist beim iPhone 5S natürlich deutlich besser, schon alleine technisch bedingt, weil wir hier eben ein IPS-Panel und beim Note 3 ein AMOLED-Panel haben. Ansonsten kann man auch sagen, dass beim Note 3 das Surf-Erlebnis einfach deutlich besser ist, deutlich angenehmer. Ihr seht es hier schon, diesen enormen Größenunterschied. Ich muss beim Note 3 eigentlich gar nicht mehr hineinscrollen, wenn ich hier irgendwas lesen möchte. Hingegen beim iPhone 5S, wenn ich ganz rausscrolle, dann kann ich fast nichts mehr erkennen. Trotz dieser hohen Pixeldichte muss ich hineinzoomen, das ist hier nicht der Fall. Ich habe einfach deutlich mehr Platz, das Surfen ist einfach deutlich angenehmer. Wir wollen nun die Displays beider Geräte etwas genauer vergleichen. Was man sagen kann, beide haben wirklich sehr gute Kontrastwerte und sind ähnlich realistisch. Wenn man es richtig einstellt, man kann das Note 3 aber natürlich auch auf Dynamisch stellen, dann sind die Kontrastwerte deutlich intensiver, stärker als beim iPhone 5S, je nachdem, was einem eben besser gefällt. Der Schwarzwert ist natürlich beim Galaxy Note 3 besser, genauso wie der Weißwert beim iPhone 5S ist das technisch bedingt. Was man auch sagen muss, das Display des iPhone 5S ist minimal heller. Das ist natürlich gerade draußen von Vorteil, wenn die Sonne direkt drauf scheint, kann man da einfach alles etwas einfacher ablesen. Die Blickwinkelstabilität ist bei beiden wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit das Beste, was man momentan bekommen kann. Beim Schauen von Videos haben wir dann natürlich wieder klare Vorteile für das Galaxy Note 3. Durch das riesige AMOLED Display ist das einfach ein ganz anderes Erlebnis als bei dem kleinen 4 Zoll Display. Weiter geht es im Music Player. Die Interfaces haben wir in den Reviews zu den beiden Geräten wirklich ausführlich durchgecheckt. Insofern kommen wir gleich zur Musikqualität und wie schon im Vergleich mit dem Galaxy S4 muss man auch hier sagen, die ist auf einem ähnlich hohen Niveau, wenn man gute Kopfhörer ansteckt. Der Lautsprecher des Samsung Galaxy Note 3 ist auch ähnlich laut und klar wie der des Apple iPhone 5S. Beide sind wirklich sehr, sehr gut und nehmen sich eigentlich nicht wirklich viel. Überboten wird das Ganze dann natürlich nur, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, vom BoomSound des HTC One. Weiter geht es mit der Kamera und wir beginnen wie immer mit den Interfaces. Beim Note 3 haben wir hier den großzügigen Auslösebutton, hier die Möglichkeit direkt ein Video zu starten. Links unten ein Thumbnail zu den zuletzt gemachten Aufnahmen. Hier können wir dann zwischen Front- und Hauptkamera switchen und hier können wir dann den Dual-Camera-Mode aktivieren, wo quasi sowohl mit der Frontkamera als auch mit der Hauptkamera ein Bild oder ein Video aufgenommen wird. Daneben haben wir dann die Einstellungen, wo wir Blitz und so weiter einstellen können und wenn wir hier draufklicken, kommen wir zu den ausführlichen Einstellungen, wo man zum Beispiel den ISO-Wert und so weiter anpassen kann und im Video-Modus auch den 4K-Modus aktivieren kann. Das habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Das ist beim Note anders als beim iPhone 5S. Das kann natürlich keine Videos in 4K aufnehmen. Außerdem haben wir hier unten noch diesen Pfeil mit verschiedenen Filtern in einer schönen Live-Ansicht, wie ihr das sehen könnt. Das kennt man so von diversen Online-Diensten, Instagram zum Beispiel. Aber eben schön mit Live-Ansicht, dass man direkt sieht, was passiert, wenn man den entsprechenden Effekt anwendet. Interessant wird es dann aber hier, wenn wir auf Modus klicken, denn da haben wir dann die verschiedenen Modi des Galaxy Note 3 und ich kann euch sagen, das sind wirklich einige. Standardmäßig ist natürlich automatisch aktiviert, kann ich euch empfehlen, wenn ihr nicht großartig rumspielen möchtet. Aber es gibt auch noch viel, viel mehr. So zum Beispiel schönes Porträt, wo zum Beispiel Hautunreinheiten entfernt werden können bei einer Aufnahme. Bestes Foto und Best Face, die sind ja schon länger bekannt. Auch der Sound-and-Shot-Modus wurde 1 zu 1 vom Galaxy S4 portiert, wo ihr quasi eine Aufnahme macht. Das Gerät nimmt gleichzeitig auch noch eine etwa 9-sekündige Sounddatei mit auf und belebt so quasi das Bild, das Ganze zu unterlegen. Dann haben wir hier den Drama-Modus, außerdem animiertes Foto natürlich. Das kennt man so auch schon. Neu ist Golf, ihr seht das Ganze schon. Zum Beispiel Aufnahmen von einer Schwunghaltung. Da kann man dann eben die Bilder vorwärts und auch rückwärts abspielen. In einem Art Zeitraffer. Es gibt den HDR-Modus, es gibt diesen Radierer-Modus, wo man unangenehme Dinge im Hintergrund wegradieren kann. So zum Beispiel Menschen, die irgendwie einfach vorbeirennen und das Bild stören. Einen Panorama-Modus, Panorama-Aufnahme mit 360 Grad. Das ist eben einfach Photosphere. Außerdem den Sport-Modus. Das war es vom Galaxy Note 3. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt mit dem iPhone 5S weiter. Gehen auch hier mal schnell in die Foto-Applikation und schauen uns das alles etwas genauer an. Wir haben hier auch wieder natürlich rechts unten ein Thumbnail zu den zuletzt gemachten Aufnahmen, der Auslöse-Button und rechts oben wieder verschiedene Filter, wie wir das eben schon beim Galaxy Note 3 gesehen haben. Auch wieder schön in einer Live-Ansicht. Da kann man sich wirklich nicht beklagen. Hier dann die Möglichkeit zur Frontkamera zu switchen. Außerdem können wir hier den HDR-Modus aus- oder einschalten und links unten eben den Blitz konfigurieren. Interessant wird es beim iPhone 5S, aber dann, wenn wir uns dieses Swipe-Menü hier anschauen. Da sehen wir dann nämlich auch hier die verschiedenen Modi. Wir haben hier nicht ganz so viele wie beim Galaxy Note 3, aber trotzdem ist das ganz interessant. Wir haben in dem Panorama-Modus Quadrat den normalen Foto-Modus, den Video-Modus und den Slow-Motion-Modus. Durch diesen 64-Bit-Prozessor können wir eben mal Aufnahmen mit 120 Frames per Second machen und das eignet sich perfekt für Slow-Motion. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr könnt das dann schön hier im Menü eben anpassen, also welcher Bereich hier wirklich Slow-Motion sein soll und das Ganze dann direkt auf dem Gerät abspielen. Ihr seht, es ist jetzt noch ganz schnell und wenn wir das jetzt nochmal abspielen, setzt jetzt hier die Slow-Motion quasi ein. Ich denke, das sieht man ganz gut und danach wird das Ganze wieder ganz normal schnell, wie ihr sehen könnt. Das hat Apple sehr gut umgesetzt. Das läuft eigentlich wirklich toll und da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Nun aber zur eigentlichen Frage, welches von beiden ist in Sachen Bildqualität besser? Bei guten Lichtbedingungen sind beide wirklich ähnlich stark, egal ob jetzt 13 oder 8 Megapixel. Die Bilder werden sehr, sehr scharf, sehr detailreich und farbgetreu. Das hat mir bei beiden wirklich sehr gut gefallen. Im Low-Light-Bereich gibt es minimale Unterschiede, denn da ist das iPhone 5s etwas besser. Ich denke, das kann man auch sehen. Die Bilder werden einfach heller, etwas detailreicher und sind nicht ganz so verrauscht. Die Sprachqualität ist bei beiden Geräten ähnlich gut. Dasselbe gilt auch für den Empfang. Ich war da absolut zufrieden. Kommen wir nun zum Thema Akkulaufzeit. Sehr, sehr interessant, denn das ist ein klarer Punkt für das Galaxy Note 3. Klar, die Batterie ist oder der Akku ist deutlich größer, aber wie man das von der Note 3 kennt, haben wir hier einfach hervorragende Akkulaufzeiten. Ich habe mit diesem meist eineinhalb bis zwei Tage geschafft, während das iPhone 5s meist nach einem Tag schon wieder an die Steckdose musste. An dieser Stelle möchte ich euch noch gerne ein Video meines Kollegen Alex von Mr. Helfer Syndrom weiterempfehlen, in dem der die Akkuleistung des iPhone 5s mit dem Galaxy S4 und dem Nokia Lumia 1020 verglichen hat. Könnt ihr euch ja mal anschauen, um noch eine genauere Idee davon zu bekommen, wie gut die Akkuleistung des iPhone 5s im Vergleich zu anderen Smartphones ist. Einen Link zu dem Video seht ihr jetzt eingeblendet und ich packe euch den natürlich auch runter in die Videobeschreibung. Kommen wir nun am Ende wieder zu einem kurzen abschließenden Fazit. Wir beginnen mit den Punkten, die für das Samsung Galaxy Note 3 sprechen. Wir hatten da definitiv das größere, kontrastreichere Display mit dem besseren Schwarzwert. Außerdem haben wir einen erweiterbaren Speicher und einen austauschbaren Akku. Das ist ja für viele ein sehr, sehr wichtiges Kriterium und natürlich die bessere Akkulaufzeit. Außerdem haben wir zahlreiche S-Pen und Software-Features, auf die ich jetzt in diesem Video nicht so eingegangen bin, einfach weil man das Ganze schlecht miteinander vergleichen kann. Aber ich habe ja ein ausführliches Review zum Note 3 in den letzten Tagen hochgeladen, da gehen wir das ausführlichst durch. Außerdem ist der Android einfach das fortschrittlichere Betriebssystem und das Galaxy Note 3 hat mehr Hardware-Power. Wir haben einen Qualcomm Snapdragon 800 3 GB Arbeitsspeicher, wobei man da natürlich argumentieren könnte, das iPhone 5S braucht das einfach nicht. Ist natürlich auch richtig. Damit wären wir jetzt auch schon bei den Punkten, die für das iPhone 5S sprechen. Das ist allen voran das wertigere und handlichere Design. Das Note 3 ist einfach riesig und liegt nicht so gut in der Hand, wie das iPhone 5S und das Aluminium fühlt sich einfach wertiger an. Außerdem hat es das hellere Display, was natürlich gerade draußen, wenn direkt die Sonne drauf scheint, von Vorteil ist. Wir haben eine minimal bessere Browser-Performance, wo das Ganze einfach einen Tick flüssiger läuft und auch die Low-Light-Performance, ich denke, das hat man gesehen, ist beim iPhone 5S etwas besser. Außerdem muss man einfach sagen, dass iOS das intuitivere, einfach zu bedienendere Betriebssystem ist. Da haben wir einfach nicht so viele versteckte, komplizierte Software-Features, die man aktivieren, deaktivieren muss, wo man nur durcheinander kommt. Es funktioniert einfach, es läuft einfach und das ist für viele auch ein Vorteil, den einfach einige Nutzer zu schätzen wissen. Welches von beiden ist nun also die bessere Wahl? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. All diejenigen, die ein riesiges Display, lange Akkulaufzeit und pure Hardware-Power möchten, die liegen mit dem Note 3 genau richtig. Wer hingegen eher ein handliches, wertiges und einfach zu bedienendes Smartphone mit perfekt angepassten Apps sucht, der liegt mit dem iPhone 5S genau richtig. Wie eingangs schon erwähnt, macht ihr mit beiden nichts falsch, denn sie gehören momentan definitiv zu den besten Geräten auf dem Markt. Leute, das war es auch schon wieder von diesem ausführlichen Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy Note 3 und dem Apple iPhone 5S. Wenn ihr euch nun für eines der beiden Geräte noch detaillierter interessieren solltet, ich habe es ja jetzt schon oft genug erwähnt, zum Beispiel die Software-Features des Galaxy Note 3, die S-Pen-Features, dann kann ich euch nur meine ausführlichen Reviews zu beiden Geräten ans Herz legen. Ein Link wird jetzt gerade eingeblendet. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer das Video hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.